grüßt euch liebe messerfreunde ja ich möchte euch heute ein taschenmesser vorstellen dass ich mir vor einigen wochen gekauft habe dass seitdem im täglichen edc bei mir dabei ist es geht um eine spinne es geht um das spider co persistence in der lightweight ausführung mit dem cpm s35 vm klingenstahl ja ich habe euch vor kurzem oder ja vor nicht allzu langer zeit dass spider co tenacious vorgestellt ebenfalls in dieser frn lightweight ausführung wenn man es überhaupt lightweight nennen möchte denn ich denke so viel leichter ist dieses modell und das tenacious gar nicht weil der aufbau doch sehr identisch ist wir haben hier relativ kräftige stahl liner die hier unterlegt sind zwar skelettiert aber sei es drum und dann halt einmal diese beschalung drüber die als g10 oder auch hier in der lightweight ausführung wahrscheinlich den großen gewichtsunterschied nicht machen mein fazit zum tenacious war ein sehr schön verarbeitetes messer mit einem sehr guten klingenstahl wie auch hier der s35 vm aber jetzt nicht so der der oberhammer wenn man jetzt den preis sieht denn dieses modell als auch das tenacious bei den anderen bin ich mir nicht sicher die tenacious family da gehört ja das persistence neben dem tenacious und dem ambitious und dem resilience dazu die liegen alle bei 145 140 150 irgendwo so um diesen dreh und dann war so mein fazit dass dafür eigentlich zu viel geld ist da es made in china ist und mit sicherheit keine riesen gelder kostet der klingenstahl holt es dann nicht raus weil rein haptisch mir die g10 beschalung bei den modellen oder bei dem tenacious auf jeden fall dann doch deutlich besser noch gefiel und so habe ich es wieder zurückgeschickt ich habe es im video gesagt und so ist es dann auch geschehen ich habe kurz darauf dann von böcker eine e mail bekommen ich habe da mal was gekauft über den online shop und seitdem gibt es dann halt auch den newsletter und da waren einige messer drin die jetzt im herbst oder winter sehr rausgehen und da war auch das das persistence dabei in der lightweight ausführung auch wie hier wie ihr seht mit dieser 60 40 serrations also mit diesem sägeanschliff klinge und dann dachte ich mir okay 84 95 das sieht dann schon wieder preis leistungsmäßig ganz anders aus und dann warte ich eigentlich auch schon den finger auf den knopf und wollte es dann ordern bin noch mal kurz in mich gegangen und habe man dann einfach mal im internet geschaut und wollte mal gucken wo die denn im listenpreis bereich eigentlich liegen und habe dann aber gesehen dass bei messer shop de das messer auch aktuell im sale ist und dann aber auch noch mal für zehn euro günstiger ich habe dann die zahlungsart vorkasse gewählt habe es dann überwiesen und dann gab es sogar noch mal fünf fünf prozent oder zwei prozent konto und dann war ich immer bei bei oder zwei euro ich weiß ja also bei 73 euro inklusive versand wenn du den versand noch mal abziehst dann bist du ungefähr bei ich sag mal 70 68 euro und dafür kriegst du gerade mal dass das normale persistence also das g10 modell mit der 8 cr 13 mov klinge und dann habe ich gesagt okay dafür kann man es machen dafür lasse ich das das messer dann halt mal mal kommen und seitdem im edc macht es einen sehr guten job das persistence ist natürlich etwas kleiner als das tenacious dennoch reicht es absolut hier für den hammergriff da liegt es auch gut in der hand und im pariergriff hier liegt es auch sehr gut in der hand wir haben wir dieses bei der typische rampe griffiges material klar das ist es da habe ich auch nichts gegen die 10 beschadung gefällt mir dennoch besser aber in dieser ausführung gibt es das halt nur mit dieser frn beschadung die robusten job macht die mit sicherheit auch relativ unempfindlich ist wie gesagt der größte fan davon bin ich nicht der clip ist vierfach umsetzbar bei diesem modell ich habe natürlich hier auf links wir einen schönen glänzenden clip mit spider co logo drauf highlight natürlich bei dem modell bei dem modell der s 35 farin klingenstahl hergestellt in china ja ich es ist mein erstes serrations mein erstes säge zahnschliff modell 60 40 ungefähr die aufteilung hier zwischen der normalen glatten klinge und der serrated klinge für mich jetzt auch die die serrations auch gut getan oder wäre es auch gut gewesen wäre dieser zahne noch weg gewesen wären wir dann bei 60 40 glatt gewesen man muss aber auch sagen das ist unfassbar wenn man irgendwo mal in den karton oder irgendwo hinein schneidet hier natürlich mit der glatten klinge kann man gut hinein stechen oder hinein penetrieren in das schnittgut und dann kommen die säge zähne und dann geht es natürlich durch wie butter dadurch dass diese serrations hier auf der einen seite der fokus hat ein bisschen probleme aber ich denke also dass die serrations hier glatt aus auslaufen mit der anderen seite halt dieser dieser breite anschliff serrations typisch halt aber dadurch natürlich eine sehr feine schneidphase mit diesem säge zahnschliff das geht durch wie butter das funktioniert gut allerdings natürlich für die die auch mal auto unterwegs sind ein bisschen holz machen wollen und dann auch hier in der nähe der hand schneiden und und raspeln wollen dafür sind die serrations halt nicht gedacht das ist halt wirklich eine säge wirklich ein schneidwerkzeug um gut durchzuschneiden man kann mit dem vorderen bereich sicherlich auch ein bisschen holz machen aber für die die auch mal draußen unterwegs sind ja eher nicht ich glaube dann würde ich dann tatsächlich eher die die glatte klinge favorisieren ich für meinen teil es wird mit sicherheit auch welche geben die genau die der gegenteiligen meinung sind und sagen gerade damit kannst du doch gut machen ich habe damit auch mal versucht an einem an einem busch ast mal rum zu sägen das funktioniert tatsächlich wobei wenn du mit dem druckschnitt mit einem kräftigen schnitt schnitt dann brauchst du die serrations auch wieder nicht für den alltag allerdings hat sich das als sehr gut herausgestellt auch in der küche abends habe ich mal mit zur hand und dann auch die tomatengurken und so weiter geschnitten dafür ist natürlich auch wunderbar geeignet nicht nicht umsonst gibt es ja auch viele küchenhelfer und küchenmesser die dann auch ein sägezahnanschliff haben ansonsten ist das messer auch wieder sehr gut verarbeitet der lock ab ist gut der klingen stand ist ist sehr schön mittig und ja der klingen lauf ist ist so ja so ein bisschen limitiert aber es reicht also es ist für mich dann auch jetzt nicht dass das das große spielmesser wobei es wobei ich mich selber auch dabei erwische dass ich das auch mal mache aber es soll tatsächlich also hier wirklich das werkzeug und im use in der benutzung halt auch im vordergrund stehen es macht einen guten job ganz so einfach nachzuschärfen sind diese serrations wohl nicht ich habe mich da auch hier über youtube ein bisschen schlau gemacht es gibt da so diamantschleifstäbe die die so konisch zu laufen mit dem man dann in die mit der mit dem spitz zulaufenden teil so ein bisschen die serrations nachsetzen kann und man kann dann auf der gegenüberliegenden seite ganz flach die klinge nachschleifen einfacher ist es hier über so ein spider co sharp maker den vorderen teil nachzusetzen aber gut bis jetzt muss ich es noch nicht und ich hoffe auch dass der s 35 vn klingenstahl da einen ganz guten job macht und da auch entsprechend schneidfreudig ist so dass ich da nicht so oft bei muss glänzende stahl liner wie gesagt skelettiert liner lock verschluss nicht 42a konform aber ein schönes kleines was als kleines sondern so medium medium größe das messer für den alltag wie ich finde das messer wiegt mit dem knoten 98 gramm wir haben eine anfangs klingstärke ganz hier vorne von 3,1 millimeter breite und das ganze läuft dann hier in den nicht serrated teil aus bei 0,6 mm ungefähr die klinge hat eine länge ungefähr von 7 zentimetern und eine gesamtlänge von 17,3 zentimetern um euch da die maße noch mal kurz mitzuteilen schönes messer hier sind die vorzeichen wie gesagt anders denn mit 73 euro inklusive versand also effektiv irgendwas knapp unter 70 euro da kann man das machen wie ich finde und der s 35 vn klingenstahl denke ich gibt mir dann insgesamt auch recht die china modelle die normalen sind in der im listenpreis bereich auch nicht viel günstiger und von daher ein schöner kleiner edc alltagshelfer ich werde euch sicherlich auch noch mal informieren wie sich dann über jahre aufschlägt denn das soll tatsächlich jetzt auch nicht über längere zeit begleiten wie gesagt ich bin nicht gerade der größte fan von serrations finde es aber auch mal ganz spannend das ist das erste serrated knife das ich habe und von daher wird sich zeigen wie es sich so schlägt ja das soll soweit gewesen sein zum persistence in der lightweight s 35 vn ausführung ich hoffe die vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein bei mir auf dem kanal bis dahin bleibt gesund macht's gut